Die schönste Krippe Im Dezember geht Bastian besonders gern in den Kindergarten. Weil man nicht mehr so viel draußen sein kann, wird viel gesungen, gespielt und gebastelt. In der vergangenen Woche wurden Sterne ausgeschnitten und mit farbigem Transparentpapier beklebt. Jetzt hängen sie in den großen Fensterscheiben des Kindergartens und leuchten, wenn die Wintersonne schräg hindurch scheint. Fast wie richtige Sterne, findet Bastian. Eines Morgens sagt Frau Hille, die Kindergärtnerin, heute wollen wir eine Krippe malen. Wer das schönste Bild malt, darf das nächste Türchen vom Adventskalender aufmachen. Zuerst sitzen alle im Kreis zusammen. Frau Hille erzählt noch einmal die Geschichte von Maria und Josef, von der Reise nach Bethlehem, von der Herbergssuche und wie es dazu kam, dass das kleine Jesuskind schließlich in einem Stall das Licht der Welt erblickte. Sie erzählt von den Hürden und den Engeln sowie von den drei weisen Männern aus dem Morgenland, denen ein leuchtend heller Stern den Weg zum Stall zeigte. Dann verteilt Frau Hille Papier und Stifte. Die meisten malen eifrig, bloß Bastian kaut am Bleistift. Ihm fallen so viele Sachen ein, dass er nicht weiß, was er zuerst malen soll. Und bei manchen Sachen weiß er auch nicht, wie er sie malen soll. Zum Beispiel, was haben Maria und Josef für Kleidung an? Er kann Josef schließlich nicht wie Papa anziehen, mit T-Shirt und Jeans. Vielleicht hat er ja einen blauen Overall oder eine Latzhose an. Er war ja Zimmermann. Und hat Maria wirklich einen weiten, langen Umgang angehabt oder einen engen, kurzen Rock, wie Tante Marie? Oder vielleicht eine lange Hose mit hohen Stiefeln, wie Mama, wenn es kalt ist? Oder einen dicken Pullover mit Figuren drauf, wie Frau Hille? Und dann die Tiere. Bastian weiß immer nicht, wo genau die Beine angewachsen sind und wo er mit dem Hals anfangen soll. Er versucht, den Ochsen zu malen, aber er sieht wie ein Hund aus. Bastian beschließt, das Einfachste zuerst zu malen, das Haus. Er malt zwei Seitenwände und ein Dach. Das macht der Markus neben ihm auch so und der malt toll. Seine Bilder werden immer an die Wand gehängt. Meine Bilder nie, findet Bastian. Aber heute wird sein Bild besonders schön. Das spürt er. Bastian sieht vor seinem inneren Auge schon genau, wie es aussehen soll. Als nächstes malt er die Nacht. Tinten blau verteilte sie rund um das Haus herum. Nur oben, über dem Dachgiebel, lässt er einen kleinen Fleck frei. Da soll der gelbe Stern hin. Zufrieden betrachtet Bastian sein Werk. Im Stall ist noch nicht viel zu sehen, außer dem Ochsenhund. Bastian grübelt. Waren wirklich nur ein Ochs und ein Esel im Stall? Vielleicht gab es da auch noch Hühner und Enten und Schweine und Spinnen in den Ecken gab es bestimmt auch und Käfer und Ameisen. Bastian schaut hinüber zu Markus. Da hat seine Krippe schon ganz voll gemalt. Mit Schafen, Hürden, Maria, Josef und dem Christkind. Auch die anderen sind schon fast fertig. Sie haben einfach drauf losgemalt. Keiner hat so viel nachgedacht wie Bastian. Maren gibt ihr Bild schon Frau Hille. Auch Ines ist schon fast fertig. Bastian schaut sich die Malereien seiner Nachbarn an und plötzlich fällt ihm etwas auf. Alle haben die Krippe vorne offen gemalt, ganz ohne Wand. Das ist doch falsch, findet Bastian. Kein Mensch lässt ein Baby im Dezember mitten in der Nacht im Freien herumliegen. Da erkältet es sich bloß. Ja gut, vielleicht ist es im Heiligen Land ein bisschen wärmer. Aber trotzdem wäre es blöde. Da kämen dann die Mücken und die Nachtfalter, weil Josef die Stalllaterne angezündet hat. Außerdem würden die großen Tiere weglaufen. Das alles überlegt Bastian. Und überhaupt, das sind schließlich die wertvollen Geschenke, die die drei Weisen aus dem Morgenland mitgebracht haben. Wie leicht könnten Räuber oder Diebesbanden kommen und die Sachen einfach klauen, wenn das Stalltor sperrangelweit offen steht, wie bei Maren, Markus und all den anderen. Jetzt weiß Bastian, wie er seine Krippe malen wird. Er nimmt einen braunen Stift und malt eine Bretterwand vor den Ochsenhund. Jetzt kann nichts mehr passieren. Jetzt ist der Stall geschlossen. Die Räuber können nicht rein und die Tiere nicht raus. Natürlich malt er noch eine Türe an die Wand, damit man hinein kann, um das Jesuskind zu besuchen. Warum hast du denn nur so wenig gemalt, Bastian, erkundigt sich Frau Hille, beim Blick auf das Gemälde mit Blau- und Brauntönen, auf denen nur der Stern leuchtet und sonst nichts. Ich habe ganz viel gemalt, sagt Bastian, das ist alles hinter der Bretterwand versteckt. Maria und Josef, Hühner und Enten, Ochs und Esel, die Könige, Schafe und Hirten und das Christkind mit einer warmen Decke. Und die Tür ist zu, weil es sicherer ist, damit die Käfer, Mücken und Ameisen nicht reinkommen. Das ist toll, was du dir alles ausgedacht hast, sagt Frau Hille. Und dann darf Bastian sein Gemälde an die Wand hängen und allen erzählen, wie es dazu kam, dass er es gerade so gemalt hat. Das ist ja ein Geschichtenbild und kein Malbild, sagt Markus. Aber es ist ein ziemlich gescheites Bild, finde ich, sagt Ines. Und wer darf das nächste Türchen vom Adventskalender aufmachen, fragt Markus schließlich. Bastian, sagt Maren. Da kriegt Bastian einen roten Kopf, weil ausgerechnet Maren den Vorschlag gemacht hatte, Weihnachtskrippen zu malen. Die mag er nämlich. Und jetzt erst recht.